Im Vorfeld der Griechenland-Wahl diskutiert die EU-Kommission offenbar über einen weiteren Schuldenschnitt für das Land. Ein solcher Schritt sei unausweichlich, weil Athen sonst mit der Schuldenlast nicht fertig werde, zitiert die Zeitung Die Welt, hochrangige EU-Kreise. Die Auffassungen über den Zeitpunkt und die Größenordnung eines möglichen Schuldenerlasses gingen in Brüssel aber auseinander, so das Blatt. Die Gesamtschulden Griechenlands belaufen sich derzeit auf rund 320 Milliarden Euro.